Robert Habeck im Wahlkampfeinsatz für die grünen Freunde in Thüringen. Kommt nach Thüringen, ihr werdet mich dort treffen, Annalena ist dort. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Gab dann ein wenig Spott einem ganzen Landesteil die demokratische Gesinnung absprechen. Naja, so ist er halt, der Grüne. Das ist Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident. Es ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und ihnen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Anschluss. Reaktion in diesem Fall Empörung, Abscheu, Entsetzen. Und das liegt nicht am Wort Orsch. Es kommt in der Politik eben ganz darauf an, wer die Demokratie zurückbringen will. Kommt der Vorstoß von links, ist ein Dienst an der Demokratie. Kommt er von rechts, ist es demokratiegefährdend.